Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine Playagallon-Hipsers draußen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit Mini Thomas und Playagallon. Heute wird es einen Only-Schweinereiter-Angriff geben, da meine Heilszauber auf 6 fertig geworden sind, wie man sieht. Wir sind jetzt auf Maximum. Ich habe direkt dann gestern den Sprungzauber auf Level 2 angestupst. Kann ja nur Vorteile für den Klangkrieg haben. Außerdem habe ich ja nicht mehr so viel in dem Labor zu upgraden. Hier noch Heiler bis auf 4, ne? Ja, bis auf 4 geht er. Kostet glaube ich 3 Millionen auf 4. Habe ich so gelesen. Dann noch den Blitzzauber auf 5. Dann ist er auch schon auf Max für mein Rados-Level. Dann muss ich nur noch die Schweinereiter upgraden und die Walküren. Aber die Walküren werde ich zum Schluss machen, da ich die ja nicht so oft benutze. Aber wenn die höher sind, werde ich die natürlich öfters benutzen. Denn was ich alles gesehen habe, was die können, das ist ja schon echt brutal. Aber bevor wir mit den Schweinereitern angreifen werden, gucken wir uns mal kurz den... Ach, scheiße, das sind Asiaten, ne? Ich habe mir den Gegner noch nicht angeschaut. Feindliches Team. 4 gewonnene Kriege nur. Okay, Level 88. Der erste, das ist aber schon. Der zweite Level 66. Gucken wir mal an, was uns da erwartet. 88er mit Rados Level 10. Okay. Hier kann man schon mit Barge 50% holen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Swee-Star schaffe. Wird wahrscheinlich von der Zeit her knapp, ne? Drei Sterne wären hier eigentlich möglich. Da ist sogar nichts in der Clanburg drin, also... Das ist ein ganz schön schwacher Gegner, finde ich, auf jeden Fall. Alter! Das ist auch nur What-the-Fuck-Base. Könnte man sogar mit Schweinereitern penetrieren. Wegen hier gibt es nirgendwo Lücken, wo eine Riesenbombe drin sein könnte. Das ist geil. Das ist echt geil. Aber mit Schweinereitern so einen Clan-Krieg, das ist schon risky. Okay, der dritte ist sogar stärker als der zweite. Ja. Mal schauen, was wir so reißen können. Also wenn wir den Clan-Krieg nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Den letzten haben wir leider wieder verloren, aber ganz knapp. 25 zu 29. Wo war das Problem? Das Problem war, der Gegner hat mich nur getustert und die anderen alle gestreestert. Und wir haben die Gegner halt... Wir haben da viel zu wenig rausgeholt. Wie man sieht hier, alle 3-Stars. Aber ab der 5 haben wir keinen 3-Stars mehr rausgeholt. Nur noch 2-Stars. Und ja, so kann das auch nichts werden. Wie man sieht, wir 18 Angriffe, 25 Sterne. Der Gegner 18 Angriffe und 29 Sterne. Also da haben wir ein bisschen wenig zu den Angriffen gemacht, aber... Ja. Ich glaube, bei der 2, da habe ich sogar keinen 3-Stars geholt. Das lag auch daran. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber mein Labanen-König hat gefehlt und man hat gemerkt. Am Ende hatte ich 92%... Ne, 94% sogar, aber mir hat die Zeit gefehlt. Und hätte ich am Anfang was zum Tanken gehabt, dann wäre es schon besser gewesen. Aber ich würde sagen, ich suche mir jetzt einen Feingegner für meine Schweine raus. Und bis gleich. Hier haben wir einen Gegner. Ich würde sagen, einfach mal YOLO. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hier irgendwie schaffen werden. Aber wir werden es einfach mal probieren. Ich würde sagen, zwei Reihen Schweinereiter. Ich greife nicht allzu oft mit Schweinereitern an und hoffe mal, das wird hier auch noch was. Schon mal zwei Heils... Verdammt, da ist eine Welle kaputt gegangen. Oh je, Mini, ey. Das kann ja nur schlecht ausgehen, ne. Wir haben noch die Hellen, um ein bisschen was zu holen. Das wird nichts. Das ist ein Fail. Das ist, glaube ich, ein wirklicher Fail. Wobei, eine Horde lebt ja noch. Hier noch ein Heilzauber. Damit wir schon mal ein paar Verteidigungsgebäude kaputt machen. Die Hellen können wir schon mal setzen. Alter, der Barbarenkönig soll sich mal verpissen gehen, ey. Los, haut ab, haut ab, haut ab. Nur noch einmal Flächenschaden. Ja, komm schon. Ist er jetzt ein Terminator, oder was? Hashtag der Barbarenkönig wird ein Terminator. Guckt euch den an, wie... Alter, wie er uns erfolgt hat. Das ist echt heftig. Ach, wir kommen leider nicht in die Mitte rein, ne. Ja, die Base haben wir gut gestürmt. Jetzt nur die Queen ist einigermaßen klug. Mal schauen, was wir noch in der Klamour haben. Yay. Bogenschützen, Bogenschützen. Ah, wenigstens haben wir noch ein paar Magier dabei. Eventuell können wir noch ein bisschen Loot rausholen. Also Loot-technisch Barbarenkönig sind. Habe ich beinahe vergessen. Alter. Ja. Am Anfang habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar, die Schweinereiter sind alle in eine Riesenbombe gelaufen hier. Wir können uns gleich nochmal wieder die Wiederholung angucken. Damit ich ungefähr weiß, was mit den Schweinereitern passiert. Das gleiche Queen gegen Queen, ey. Das wird... Ja. Gut ausgehen. Ich hoffe es mal. Wird es nicht, aber... Los, mach den Barbarenkönig kaputt. Mach den Barbarenkönig kaputt. Sauber. Jetzt müssen wir schauen, was wir hier rausholen können. Loot-technisch share. Ein bisschen ist ja noch... Die Magier können eventuell noch ein bisschen rausholen. Das ist sehr gut, dass ich noch ein paar Magier in der Klamour hatte. Dankeschön für den, der mir die geschickt hat. So. Gleiches 1 gegen 1 Duell. Queen gegen Queen. Oh, bitte kommen wir noch in das dunkle Lager dran. Der Angriff war sehr teuer. Komm. 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 Ja. Sauber. Da haben wir die Queen gezündet. Ah. Verdammt. Wieso stellt die sich denn so scheiße? Komm. Das dunkle Lager müssen wir aber rausbekommen. Die Queen wird jetzt vom X-Bogen attackiert. Komm. Komm. Komm on. Komm on. Komm on. Komm on. Ja. Das meiste haben wir aus dem dunklen Lager rausbekommen. Ich glaube sogar, wir haben den Schweinereiterangriff reingeholt. Oder? Ja. Das meiste haben wir reingeholt. Aber vom Loot her... Ja. Mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Ich glaube eher nicht. Aber... Wollen wir mal wie ein lustiger Angriff. Es macht Spaß mit Schweinereiter anzugreifen. Ihr könnt mir ja noch ein paar Tipps geben. Vielleicht gibt es hier erfahrenere Schweinereiterangreifer unter euch. Die mehr Erfahrung damit haben. Also meine Erfahrung damit ist... Ja. Ganz niedrig. Aber naja. Ich habe noch einen vorhin mit 300.000 von meinem gefunden. Leider nur ein Rathus Level 8er. Und den wollte ich nicht angreifen. Da das ein Overkill gewesen wäre. Und ich glaube, das sollte wenigstens ein spannender Fight werden. 69% haben wir geholt. Eieieieieieiei. 2.400 dunkles. Das dunkle haben wir beinahe wieder reingeholt. Nur elixiertechnisch sah es nicht so gut aus. Der Heilzauber kostet 24.000. Vier Stück also davon kosten 96.000. Ja, 10.000 Verluste haben wir gemacht. Goldtechnisch. 80.000. Ja, geht doch. Ja, dann würde ich sagen, das war es dann für die heutige Folge. Wenn ihr euch das Video gefeiert habt, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben. Daumen, wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.